Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte mein erstes in der Lebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Mit unserem Stoffwechsel? Die Fragen verschwinden. Vielleicht ist das der Sinn, einfach zu sein. Dass alle Fragen aufhören und mit ihnen die Zeit.